Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Autobahn-Polizeisimulators. Ja, in der letzten Folge haben wir, oder sind wir ja gerade dabei gewesen, oder hatten wir gerade eine Massengarambulage. So, ich will mal gucken, dass wir jetzt mal hier ein bisschen die Straße verlassen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinkommen, wenn ich jetzt einfach so runterfahre. Denn, ähm, ja, ich möchte hier auch mal so ein bisschen rumgucken. Wir haben ja jetzt mittlerweile 8.810 Punkte. Das bedeutet, wir werden mal gucken, dass wir noch, oh, dass wir noch so ein paar Dinge mehr machen. Alle Einsatzfahrzeuge, wir haben einen Unfall mit Staubildung. Wir müssen schnellstmöglich eine Rettungskasse bilden für das Rettungsfahrzeug. Die Zivilfahrer bekommen das nicht alleine hin. Wo fahren wir denn, ach, wir fahren mal gerade aus. Mal gucken, wo wir da hinkommen, wenn wir jetzt gerade ausfahren. Wir sorgen dann mal für ein bisschen Verkehrserziehung. Hoch. Verstanden, Wagen 4. Wird überhöflich. Mal sehen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Das sind wir hier auch mal so ein bisschen rumfahren, mal so ein bisschen gucken. Oh, wir sind 30. Dann gehen wir auch auf 30 Uhr, würde ich sagen, ne? Mach jetzt mal eine Verkehrsversorgung bei dem. Also doch. Matrix, bitte anhalten. Ja, du sollst mal anhalten. Der haut einfach ab. An alle Fahrzeuge, wir haben gefährliche Gegenstände auf der Fahrbahn. Der übernimmt. Der übernimmt. NCT DDAY. B germhi. Wir müssen www.t puh. Hier geht's rum. Der übernimmt. Vonっていう Idealer. Leben. Beta. prevention. throwing. PhD. Waि Shukaz ihr. Wasser Abb grammitert. Department. Kontakt. Oh, was ist denn das jetzt? Der wird doch ab. Der wird doch ab. Was mich gerade so ein bisschen nervt ist, dass den Wagen hier nicht anhalten kann. So, jetzt reicht's. So, jetzt geht's. 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 So, jetzt geht's jetzt schon ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Karte. Bringen hier zurück. Ich würde sagen, ja, wir nehmen die Schnellreise. Wir springen mal zurück und gucken mal, was wir uns denn leisten können. Ähm. So. So. Oh, das war zu weit. An alle Einheiten, uns wurde soeben ein Geisterfahrer gemeldet. Ja. Ja. Schön für den Geisterfahrer. Wir gucken jetzt mal hoch ins Büro. So. Und dann gucken wir mal, was wir uns denn leisten können. Und, ähm. Ja. Mal schauen, ne? So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist Fahrzeug. Plätze Nummer 3, wir haben 6000. So schneller kommen wir natürlich weiter, ne? Bodenhaftung. Ähm. Das sind 5000. Mündigkeit plus 10. 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 Jetzt nochmal plus 2. Ähm. Blitzeisen. Okay. Ich habe ja eigentlich alles, abgesehen von dem hier. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Ähm. Ich würde aber erst mal den Blitzern holen. Zack. Somit haben wir drei Blitzer. Warte, können wir uns erst mal nicht mehr leisten. Ich hätte nur noch drei Dinge, die wir uns holen könnten. Blitzell-Division kostet nix. Hab ich die überhaupt drin, ne? Gärme. Geschwindigkeitstraining wirklich für... Nein. Wollen wir natürlich nicht. Gut, ich würde sagen, das reicht dann erst einmal. Wenn jemand... Ja, los. Boah, Alter, sag mal. Äh. Was? Kommt der jetzt dahin? Sind sowas hier? Der ist auch da eingeparkt. So, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir den dritten Blitzer noch verbauen. Somit hätten wir dann drei Blitzer verbaut. Ähm. So. Wo können wir denn den dritten Bl... Will ich gar nicht. Nein. Nein, geh weg. Ich wollte auf die Karte. So. Können wir denn hier noch einen Blitzer hinstellen? Da ist ein Blitzer. Da steht auf alle Fälle einer. Da steht ein Blitzer. Und hier unten können wir noch einen Blitzer hinsetzen. Haben wir hier irgendwas, wo wir hin können? Ne, natürlich nicht. Man könnte hier hin und da nach unten fahren. Das könnten wir machen. Ja. Nutzen wir halt die Schnellreise. Wir sind nämlich schon wieder bei acht Minuten. Ich weiß gar nicht, ob man hier in irgendeiner Art und Weise sich wie so eine... Weil wenn ich jetzt hier hinklicke, komme ich zwar dahin, komme ich aber nicht dahin irgendwie. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie ich von hier aus dahin komme. Kann mich ja mal dahin setzen lassen. Ich muss schon mal gucken, dass man auf die Autobahn kommt. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie wir jetzt von hier aus... Ne, kommen wir nicht hin. Okay. Eine Rettungsgasse bieten für das Rettungsfahrzeug. Die Zivilfahrer bekommen das nicht alleine hin. Sau traurig, dass sie sich alleine hin kriegen. Oh. Hier Wagen 4 sind auf dem Weg. Wir sorgen dann mal für ein bisschen Verkehrserziehung. Richtig. Verstand Wagen 4. Bleibt aber höflich. Ich glaube, wir müssen hier nach links. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe keine Ahnung, wo ich gelang muss. Das war auch verkehrt. Es wäre schön, wenn man hier sowas hätte wie eine Anleitung oder sowas, dass man sieht, wo man genau hin muss. Das sieht man hier leider nicht. Hier fahre ich jetzt einen metallen Wolf. Naja. Gut, dann fahren wir halt hier lang. So, jetzt werde ich mal ganz kurz hier stehen, weil ich nämlich mal wissen will, wo ich hier hin muss. Und das hat Nord entdeckt. Das heißt, hier muss irgendwo sein. Ähm. Zack. Ich wollte hier hin. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt mich verdrückt habe. Da oben bin ich jetzt. Okay. Aber wie komme ich jetzt von da aus noch da? Da. Ei. Das wäre eigentlich was, ich gar nicht übernehmen würde, ne? Bei Geisterfahrern und sowas. Ach, wir übernehmen das mal. Fahren wir jetzt einfach mal hin, da haben wir noch, ähm. Signale hin. Ähm. Ein paar waren gesperrt. Rechte Spur gesperrt. Ich würde sagen, rechte Spur gesperrt. Noch mal hin, da haben wir noch was. Das ist nicht so lange hin. Ja, ich gebe auch mal hin. Ich übernehme hin, das sind ja auch mal hin. Und ja. Ich muss jetzt hin, da haben wir noch hin. Nö, gut. Da bin ich nochmal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.